Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Diesmal möchten wir euch eine externe USB 3.0 Festplatte vorstellen. Und zwar die StoreE Slim, freundlich zur Verfügung gestellt von Toshiba. Diese Festplatte ist nicht nur besonders leicht, sondern auch schmal. Vorne auf der Verpackung finden wir das Firmenlogo, eine Angabe zur Speicherkapazität. Durch ein Sichtfenster sehen wir die Festplatte selbst. Hier befindet sich ein Red Dot Design Award 2013 Aufkleber. Und hier unten haben wir ein paar Symbole von den Produktfeatures. Auf den Seiten finden wir weitere Symbole von den Features und einen Hinweis auf den Lieferumfang. Auf der Rückseite haben wir eine Produktbeschreibung in 10 Sprachen. So, let's see what's up inside. Natürlich ist die Festplatte selbst mit dabei. Ein USB 3.0 Kabel. Eine Kurzanleitung. Und ein Garantiebuch. Oben auf der Festplatte befindet sich eine dezente Toshiba Gravur. Auf der Rückseite finden wir den USB 3.0 Anschluss und die Status LED. Wie ihr sehen könnt, ist diese Festplatte besonders schmal. Gleich schauen wir uns die Geschwindigkeit mal etwas genauer an. Die Storee Slim ist eine kompakte 2,5 Zoll große Festplatte, die sich in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse befindet. Sie bietet solide Schreib- und Lesewerte. Als besonderes Extra gibt es zu dieser Festplatte einen 10 GB großen Cloud-Speicherservice. Zurzeit gibt es die Festplatte für rund 50 Euro zu kaufen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Toshiba bedanken. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal. Euer E-Gleis-Team. Euer E-Gleis-Team.